Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Nachdem Huawei auf dem MWC 2016 in Barcelona ja schon seine zwei neuen Flaggschiffe, also das P10 und das P10 Plus vorgestellt hat, haben sie jetzt vor wenigen Tagen auch das P10 Lite endlich offiziell gemacht. Die Idee dahinter ist die gleiche wie auch schon die letzten Jahre. Im Vergleich zum P10 ist das Lite Modell natürlich etwas schwächer ausgestattet, mit einer UVP von 349 Euro, aber natürlich auch eine ganze Ecke günstiger. Im Vergleich zum P8 Lite oder zum P9 Lite ist das P10 Lite natürlich trotzdem etwas teurer. Huawei möchte das Gerät dadurch aber einfach vom P8 Lite 2017 abgrenzen und zeigen, schaut mal her, dieses Smartphone hat eine ganze Ecke mehr zu bieten. Etwas verwirrend, aber trotzdem. In ein paar Tagen ist das P10 Lite schon bei uns in Deutschland verfügbar. Ich habe schon eins hier und ich würde sagen, wir packen es jetzt gleich mal zusammen aus und schauen, was so alles mitgeliefert wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Was ihr hier seht, ist tatsächlich schon die finale Verkaufsverpackung des Huawei P10 Lite. Ich war einer der wenigen Glücklichen, der die bekommen hat. Heute war ein Presse-Event von Huawei zum P10 Lite und da haben eben einige auch einfach so eine ganz normale weiße Verpackung bekommen. Aber wie gesagt, ich kann euch jetzt schon die finale Verkaufsverpackung zeigen. Das unterscheidet sich eigentlich nur dadurch, dass sie eben bedruckt ist. Hier steht jetzt schon ganz schön Huawei P10 Lite. Das sieht ganz schick aus, wie ich finde. Hier oben nochmal der Hinweis Huawei Design. Das steht dann auch nochmal hier auf der Seite und auf der Unterseite nichts wirklich Wichtiges mehr. Nur, dass das Ganze mit Sojatinte gedruckt wurde und so weiter. Und wenn wir die Verpackung dann öffnen wollen, dann müssen wir hier einfach nur so den Deckel anziehen. Ich denke mal, bei der Verkaufsversion oder der Version, die ihr im Laden kaufen könnt, ist auf der Rückseite auch noch ein Siegel mit drauf. Und dann sehen wir hier einen ganz ähnlichen Aufbau, wie sie es damals mit dem P8, glaube ich, zum ersten Mal hatten. Also das Smartphone ist hier so ganz normal reingelegt und man kann es dann schick hier an der Folie rausziehen. Das ist das P10 Lite. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Ich habe es hier in der Farbe schwarz. Es wird insgesamt vier verschiedene Farben geben. Das schwarze Modell, ein weißes Modell, ein goldnes und auch wieder blau. Also wie beim P10. Allerdings ist das blau deutlich heller. Ich würde sagen, das geht sogar fast etwas ins Türkis. Das habe ich leider noch nicht in echt gesehen, aber so sieht es eben einfach auf den Bildern aus. Jetzt aber zum Wichtigen, zum Lieferumfang. Dann sehen wir, wir haben hier zwei Fächer. Wir fangen mal mit dem unspektakulärsten an. Hier wäre eigentlich das ganze Papierzeug drin, also Anleitung, Garantiekarte und so weiter. Bei mir ist hier aber wirklich überhaupt nichts drin. Wie gesagt, das ist ein Testgerät. Das ist öfter mal so bei vielen Herstellern, dass das Papierzeug eingespart wird, was ich auch absolut vernünftig finde, weil wir das normalerweise nicht brauchen. Kann man sich sparen. Wie gesagt, wenn ihr euch das Ding im Laden kauft, ist hier definitiv auch noch Sicherheitsinformationen, Garantiekarte und so weiter mit dabei. Jetzt aber zum interessanten Fach. Hier ist das ganze Zubehör drin. Wir sehen hier gleich oben schon mal das Simi-Jack-Tool und ich würde sagen, wir holen das Fach hier raus oder wir holen diese Box hier mal raus und schauen uns an, was sich da alles drin befindet. Da haben wir insgesamt drei verschiedene Sachen. Wir fangen mal mit dem unspektakulärsten an, würde ich sagen. Das ist das Micro-USB-Kabel. Ihr habt richtig gehört, wir haben hier leider noch Micro-USB. Genauso wie zum Beispiel beim Honor 6X. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, aber naja, kann man nicht ändern. Huawei argumentiert einfach, dass das das Gerät etwas dicker gemacht hätte, USB-Type-C. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Ich finde es einfach schade. Einige wird es aber nicht stören. Dann haben wir hier noch ein Headset. Das ist auf den ersten Blick das gleiche wie beim P10, also diese an die Earpods angelehnten Kopfhörer. Und last but not least haben wir dann auch noch ein Netzteil. Das ist jetzt ganz wichtig, da müsst ihr aufpassen. Da steht nämlich drauf, Huawei Quick Charge. Das darf man nicht verwechseln mit Super Charge, was wir beim Mate 9 und beim P10 gesehen haben. Das hier ist der gleiche Standard, der auch schon beim P9 zum Einsatz kam. Beim P9 war allerdings leider kein Fast-Charging-Netzteil oder Quick-Charge-Netzteil mit dabei. Das ist hier jetzt eben der Fall. Beim P9 Plus war das aber glaube ich mit dabei. Also das ist hier exakt die gleiche Technik und das gleiche Netzteil hat einen maximalen Output von 2 Ampere bei 9 Volt bzw. bei 5 Volt. Damit kann man dann den 3000 mAh starken Akku in etwa 100 Minuten voll aufladen. Und ihr seht schon, hier könntet ihr das Simme-Jack-Tool rausholen. Das war es aber vom Lieferumfang. Wenig spektakulär würde ich mal sagen. Leider kein USB Type-C. Dafür aber ein Fast-Charging-Netzteil mit dabei. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns natürlich auch das eigentliche Smartphone noch genauer an. Das ist es also, das Huawei P10 Lite. Und wie sich das so für ein Unboxing gehört, würde ich sagen, ziehen wir erstmal die Folie ab. Auf der Vorderseite haben wir keine, aber zumindest auf der Rückseite. Ach, das klang doch schön. Ich hoffe, ihr habt auch was gehört. Das gehört ja zu einem Unboxing immer wieder mit dazu. Wie gesagt, auf der Vorderseite dieses Mal keine Folie. Zumindest hier bei meinem Testgerät. Weder so eine Marketingfolie, wo noch mal irgendwie die wichtigsten technischen Daten draufstehen. Noch irgendwie eine fest installierte, richtige Display-Schutzfolie wie beim P10. Dafür, das kann ich euch gleich schon mal sagen, ist hier die fettabweisende Beschichtung merkbar besser als beim Huawei P10. Und auch als beim P8 Lite 2017, wo sie meiner Meinung nach ja am schlechtesten war. Das habe ich gleich getestet vor Ort in München bei dem Event, bei vielen, vielen anderen Geräten. Also das ist hier deutlich besser. Da könnt ihr beruhigt sein. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? Es misst 147 x 72 mm, ist mit 7,2 mm ziemlich dünn. Und wir haben ein Gewicht von 146 Gramm. Und ich gebe euch einfach mal einen kleinen Größenvergleich mit dem Huawei P10. Und ich würde mal fast sagen, die beiden sind wirklich identisch groß. Also ich merke da keinen großartigen Unterschied. Vielleicht ist das P10 Lite etwas höher, aber ganz ehrlich, das ist geschenkt. Das konnte daran liegen, dass es mit 5,2 Zoll ein etwas minimal größeres Display hat. Es ist wieder ein IPS-Display und es löst wieder mit 1920 x 1080 bei etwa 424 ppi auf. Oberhalb des Displays finden wir dann eine 8 Megapixel Frontkamera und eine Hörmuschel, ob eine Benachrichtigungs-LED mit dabei ist. Das liefere ich euch im Review nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine mit dabei ist. Dann hier das Huawei-Logo und Onscreen-Tasten. Und ja, ihr merkt schon, der Fingerabdrucksensor ist hier nicht auf der Vorderseite wie beim P10 oder beim P10 Plus, sondern auf der Rückseite. Darauf komme ich dann aber gleich nochmal zu sprechen. Also keine Angst, darüber werde ich gleich noch abranden. Was mir aber ganz gut gefällt, 2,5D-Glas hier auf der Vorderseite, also die Ränder wieder schön gewölbt. Der Rahmen besteht dann aus Metall, fühlt sich sehr, sehr hochwertig und massiv an. Wir haben auf der linken Seite den Einschub für eine Nano-SIM-Karte. Es soll auch ein Dual-SIM-Modell geben, aber das, was ich hier habe, ist definitiv das Single-SIM-Modell. Und der 32 GB große Internetspeicher kann hier auch via MicroSD ohne Probleme erweitert werden. Auf der Unterseite dann, wie gesagt, ein erstes Mikrofon, leider noch Micro-USB. Und daneben der Lautsprecher gegen Wasser oder Staub, also gegen das Einträgen von Wasser oder Staub, ist es nicht geschützt. Auf der rechten Seite dann der Power-Button und die laute Leiserwippe. Beide aus Metall wirken sehr, sehr gut verarbeitet und der Power-Button, auch wenn er keine farbliche Hervorhebung hat wie beim P10, ist er ganz leicht schraffiert. Dadurch kann man ihn schön fühlen, das mag ich immer sehr, sehr gerne. Und auf der Oberseite haben wir dann noch einen 3,5mm Klinkenanschluss und ein weiteres Mikrofon. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Die Rückseite besteht tatsächlich aus Glas, also ähnlich wie beim Huawei P8 Lite 2017 oder beim Honor 8, daran erinnert es auch etwas. Wobei wir hier so ein zweifarbiges Design haben, also ihr seht schon der größte Block hier, ich sag mal 90% der Rückseite sind so grau gehalten. Und hier oben haben wir dann ein schönes tiefes Schwarz im Bereich um die Kamera, allerdings ohne, dass man hier irgendwie einen Übergang erfüllen kann. Wie gesagt, weil da einfach eine Glasplatte drüber ist. Das erinnert dann doch wieder, also optisch eher an das P9 Lite, aber was die Haptik angeht, definitiv eher Honor 8. Es fühlt sich deutlich hochwertiger an, da ist das P8 Lite 2017, weil wir hier einfach einen richtigen Metallrahmen haben. Und ja, auch einfach das Glas haben sie deutlich besser beschichtet, das haben sie echt gut hinbekommen. Also von der Haptik her geht der Preis von 349 Euro auf jeden Fall in Ordnung, würde ich mal sagen. Das erinnert mich fast etwas an einen Galaxy S7. Dann haben wir hier auf der Rückseite eine 12 Megapixel Hauptkamera, kein Leica Branding, keine Dual Kamera. Soll aber der gleiche Sensor wie beim P9 sein, also relativ lichtstarke Pixel, ja, kann man nicht meckern. Oder auch der gleiche Sensor wie im Honor 8, ja, aber das muss ich alles erst noch überprüfen. Und jetzt kommen wir eben zum Fingerabdrucksensor, der ist tatsächlich wieder auf der Rückseite. Ich kann mich noch erinnern, auf dem MWC hat Huawei gesagt, ja, wir haben eine Umfrage gemacht. Die Leute haben gesagt, wir wollen den Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite, deshalb ist er da jetzt. Außer bei den größeren Smartphones, also zum Beispiel der Mate 3, da wird er wieder auf der Rückseite sein. Jetzt haben wir hier ein 5,2 Zoll Smartphone und der Fingerabdrucksensor ist nicht auf der Vorderseite, sondern auf der Rückseite. Meiner Meinung nach total inkonsequent, aber ja, ich kann es nicht verändern. Verändern könnt es wahrscheinlich nur ihr, also ihr, die Nutzer, wenn ihr euch da irgendwie drüber aufregt oder sagt, nö, ich finde es ganz gut, wie sie das so machen. Ich will da niemanden beeinflussen, aber ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile echt ziemlich undurchsichtig. Wir haben dann einen 3000 mAh starken Akku, der ist fest verbaut, könnte meiner Meinung nach etwas größer sein, ist er ja beim P10 zum Beispiel auch. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen, wie der Prozessor hier im P10 Lite performen wird. Aber wie gesagt, Fast Charging wird unterstützt und in circa 100 Minuten ist der Akku dann vollgeladen. Das ginge natürlich schneller, aber finde ich für so ein Mittelklasse-Smartphone absolut angemessen. Und was ich noch vergessen habe, die Kamera ragt nicht aus dem Gehäuse hervor, das ist ziemlich erfreulich. Jetzt würde ich sagen, schalten wir das gute Stück ein. Ich hoffe, dass es etwas geladen ist, so ist es. Und während wir hier dem Gerät beim Hochfahren zuschauen, gebe ich euch die restlichen technischen Daten durch. Als Plattform haben wir natürlich bereits Android 7.0. Mit dabei ist auch wieder Huawei's EMUI in der Version 5.1, also die Software wirklich top aktuell. Der Prozessor ist ganz interessant, das ist der High Silicon Kirin 658. Für mich ganz neu, ich glaube, der wurde noch nirgends verbaut. Ist natürlich ein Mittelklasse-Prozessor, aber ich bin gespannt, wie sich der zum Beispiel im Vergleich zum 960er schlagen wird. Es ist ein Octa-Core mit maximal 2,1 GHz, aber natürlich wieder Big Little Architektur. Dazu gibt es dann 4 GB RAM und auch LTE zur mobilen Datenübertragung ist natürlich mit dabei. Aber 4 GB RAM für so ein Mittelklasse-Smartphone, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Aber ja, das ist das Huawei P10 Lite. Ich muss schon immer aufpassen, dass ich nicht irgendwie noch 2017 oder 2018 oder irgendwas dazu sage. Also mit der Namensgebung hat Huawei mich in letzter Zeit echt verwirrt und ich glaube, einige von euch auch. Aber ganz ehrlich, dieses Smartphone macht jetzt schon wieder einen ziemlich guten Eindruck. Vor allem was die Haptik angeht, gefällt mir hier sehr, sehr gut. Deutlich besser als zum Beispiel beim P9 Lite oder auch beim P8 Lite 2017. Der Preis meiner Meinung nach etwas hoch, also diese 350 Euro. Aber wie gesagt, ich muss das Gerät jetzt erstmal testen. Vielleicht ist er ja doch angemessen. Es wird definitiv ein Review in den nächsten Tagen bzw. Wochen folgen. Aber wenn ihr sonst noch irgendwas sehen wollt, ein Benchmark-Video oder irgendwas anderes oder irgendwas, was ich im Review auf keinen Fall vergessen darf, lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Gehe ich sehr, sehr gerne drauf ein und packe ich dann eben mit ins Review oder ich mache ein extra Video. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.